Ich werde keine Anmoderation mehr machen. Ich weiß nicht, was du daran so lustig findest, aber ich werde dir keinen Grund geben, mich zu verarschen. Keine Ahnung, ich schneide halt immer so rein und Silver will halt immer eine Anmoderation machen. Ja, damit weißt du, dass das Video beginnt und ab jetzt darf man lustig sein oder Sachen nicht mehr sagen, sowas in die Richtung. Ach, erst ab dann darf man lustig sein, okay. Ja, ja genau. Dann mach mal Anmoderation jetzt. Nee, 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 ich mach keine Anmoderation. Du zwingst mich zu nichts, junger Mann. Ja, okay, dann lass mal starten hier, das Mittel. Ja, ich bin bereit, also ich hab bereits gestartet. Nehmen wir schon auf. Okay, gut, ja siehst du, siehst du, dann checkt sie mal. Herzlich willkommen zu einem neuen FFA, herzlich willkommen. Mit dabei ist der Drachenschlechter, XXKillerXX, Ritter der Verdammnis und irgend so eine andere. 360 No-Scope-Killer, dreckiger Lepen. Hey, das ist nicht der dreckige Dach, der dreckige Lepen. Alter, dieser Name, ne. Okay, ne, heute sag ich mal was. Ey Leute, was geht's? Wir haben heute den Regi dabei, den Silver und den Steve. Und jetzt gibt's einen Free for All. Hi. Das steht doch, das steht auch im Titel. Aber, jawohl, fangen wir an. Also ich bin bereit, Leute. Ach, stimmt, Moment. Fangen wir an, ich bin so bereit wie noch nie. So, weh. Wir gucken, die teilnehmen sollen, ne. Okay, 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 okay. Ach Leute, jetzt muss ich mir doch schon, ich will nicht. Im letzten Mal wurden wir ja richtig wegge... Bullnots. Ich, ich habe ehrenhaft verloren. Im letzten Mal ist aber nichts passiert, irgendwie. Es ist echt so. Aber diesmal wird alles anders. Ich habe auch keine Storybrochen dabei. Wie nach den Wahlen. Ja. Das ist genau, da ist nichts passiert. Es ist nichts passiert, genau. Erst denken sich alle, oh ja, und dann... Ne, diesmal wird alles anders sein. Das Thema meines Teams ist jetzt auch ein bisschen spannender. Nämlich nur Signature-Moves einsetzen. So, ich bin gespannt. Oh, jetzt bin ich schon wieder mit dem... Okay, gut, gut, gut. Regi, ich hoffe, du schaffst es jetzt diesmal, mich zu töten. Mit viel Liebe. Hab ich doch in der letzten... Ach stimmt, hast du geschafft. Ja gut, dann bin ich stolz auf dich. Regi war ich das da. In der letzten FFA. Oh, oder wenn jetzt ein Wohin genau kommt, dann... Miauts genau. Ah, jetzt verstehe ich's. Double shiny. Das ist geil. Möden Leute. Daisy und Miausi. Möden genau. Läuft. Ich könnte dieses Pummeluf töten, aber ich würde mich halt schlecht fühlen. Möden Leute. Jetzt setze ich an der Attacke ein, die ich noch nie zuvor gesehen habe, deswegen freue ich mich auf die Animation. Oh, ist das vom Event? Zahltag? Zahltag. Was? Nein, ich möchte nicht flüchten. Nein, passt. So, gut. Locken Charlie. Ja, der hat gar keinen Locken. Guck dir diese Power-Locker an, ja? Die hypnotisiert den Gegner. Alter, aber niemand ist so fabulous wie meine Daisy. Ich glaube Locken Charlie hat da was dagegen. Weißt du was? Das Knödelhof ist auch scheinlich. Einschlag und du liegst. Möden Leute. Was Locken Charlie. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Alter, LifeWorps Cherox. Ich wusste es ist Zahltag. Ich wollte es mal sehen. Das sieht ultra unspektakulär aus. Und das war auch schon der FFA. Das hat Outzine den FFA gemacht. Tarnstein, wirklich. Ach, Rigi, wir beide, wir tun uns super kooperieren. Genau, es ist Zahltag. In der YouTube-Menschen. Dein Eis prallt da nicht ab, du Hater. Oh! Unbeugsamkeit. Wagner. Der Fuck. Ich nehm... Das Ding hat Unbeugsamkeit. Alter, Locken Charlie. Locken Charlie, ja. Hü! Tschüss! Schüsch! Schüscher, Mannes. Schüsch, Alter. das wird mich hierzu aber jetzt kriegst du den kompetitiven ja ohne witz das erste mal dass irgendwer stealth rock spielt im ffa und ich habe sowas wie gerne noch mal das war nicht genau das ja ich will nicht gewinnen aber ich habe ich schaffe es nicht zu gewinnen das ist mein ziel für diesen ffa sollte es nicht andersrum sein krepp pokémon mitnehmen versuchen zu gewinnen ich habe schon krepp pokémon mitgenommen da warst du noch gar nicht auf der welt ich habe noch nicht ganz das thema von steves team erkannt zahltag und hier zum ersten mal setzt sich dieser greift nicht mal nicht an ich will die animation von der ich kann das nicht übers herz bringen ich werde niemand mehr angreifen ich will niemand mehr töten ach weißt du was er macht explosion ja das war jetzt ein bisschen zu schnell das lustigste was passiert das ist richtig geil aus was war das herz herz stempel oder wie das hieß oder brand stempel aussieht aus wie so eine schlechte so eine schlechte silvester rakete die wieder runter kommt weil man die irgendwie falsch in die richtung gehalten hat das ist theoretisch gyroball nur mit 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 feuer alter warte mal ist war tangela gerade schneller als sebastian ja 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 sebastian ist keine ahnung okay ist aber nicht so ein schnelles ferkel versteht ihr okay nein ich verstehe oh mein gott ist es ein defensives akane morgengrauen und ihr licht nein nein so unter mensch bin ich dann ja gut doch bin ich aber trotzdem ich mache das nicht ja nicht in der ffa ich dachte wir haben uns keine tierbeschränkung davor ausgemacht und ja lieber pius mit wir bauen unser team und dann habe ich mit viel lieber ein crowbar gearbeitet und ja also irgendwie mein relinquished fehlt sich sehr eingeengt durch die egel sahen ich glaube es wird zeit wie los zu werden naja macht es jetzt bin der erst richtig cool kompetitiv predicted predicted bitte nicht mich angreifen das könnte ich dann doch schon wieder töten jetzt gibt es jetzt gibt es jetzt kommt jetzt kommt die koffe ich bin einfach 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 predicted von anfang an gerott wird stolz auf euch die gast wie du musst leider die guten zweck des sterbens zu opfer fallen aber ich werde die was mit der schande der leben bis alle an toller bauer die jahre nur ok so ich hätte niemand mehr töten leute das habe ich mir vorgenommen niemanden mehr der weg der weg da warst du krieg musste ich dinge tun auf die ich nicht mehr stolz bin ok es klingt wirklich so wie ein geständnis ich werde wirklich niemanden mehr töten ich werde niemanden mehr töten ich möchte mich von dieser last befreien und dementsprechend fuck ich hab keine explosion drauf wie kann das sein egal keine explosion auf akkani alter noob das macht eigentlich hier warum warum haben wir noch gleich genau noch mal eingeladen ich weiß es nicht so der sebastian kommt zurück sebastian herzlichen dinner mittagspause verdient turbo tempo ok genau was oh die shit oh puh zum glück ich kann niemand ich kann nicht sagen danke bitte töte mich nein nicht nein einfach dieser mozi hass ich meine ich weiß er war bei team rocket und so aber herzlich gebessert leute herzlich gebessert tötet mich danke ist es eigentlich alter der crit es war kein crit anpassung choice specs ich habe es ich habe es ich habe es schon bei leute komisch was regeln die tarnsteine sind einfach so kacke wie so schlitzend tarnsteine was ist das langsam ich kann niemanden mehr töten das habe ich mir vorgenommen damals im krieg oh leute ich würde sagen ihr seid alle tot ich bin definitiv tot ich werde niemals dieses ffa gewinnen selbst wenn ihr versucht es anders zu tun töte mich nein töte mich alter der tarnsteine leger der muss erstmal gepanisch werden damit du in ruhe spinnen kannst kann ich die foggen drum stoß hä hä ich habe ihn angegriffen damit ich niemanden mehr töte ach so ihr kennt doch mal wie schön wie das einfach aussieht die schlammwogel kommt um diese ich muss nicht mal ein schlammwogel auf alle geht vor allem sie kommt so richtig schlammwogel ultra op einfach die ffa pros hier endlich habe ich verloren dem ich lief ich bin so stolz das zu sagen zu dürfen kobe doch ah busi ne busi badzi qb yeah oh shit das ding frisst richtig bösen damage ja leider er zwinger kein ungerade kp anzahl das ding hat er zwinger ja scheinbar oh komm pilzi sei schneller ach so was kommt gleich raus ja ich bin glücklich und froh leute ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich ich weiß es ich bin nein okay mir fällt es nicht ein egal ich bin glücklich und ich bin stolz das letzte matchup kann richtig komisch werden nein schauen wir mal alter noch nicht mal getankt unglaublich unglaublich wie komura regel komura der abstand ist sehr wichtig alter gibt es das Silvon gewinnt ein free for all wisst ihr was das für ein geiler spruch ist Silvon du hättest ihn aufhalten können du hast deine kraft nicht genutzt du hast deine erdkräfte nicht genutzt ich konnte niemanden töten mehr Leute ihr müsst das verstehen es nackt an mir das war wohl ein kurzes free for all kobura hat aufgeräumt ich fände es hat voll kaputt gemacht meine teams haben alles kaputt gemacht ich schämle mich richtig schade dass steve sein hornweisel nicht mehr zeigen konnte ja ich wollte die attacken nutzen weil die ganzen befehle habe ich ja noch nie als animation gesehen also hellbefehl angriffsbefehl keine ahnung das heißt machst du nix schlagst du Käfer auf dein Gesicht oder sonst genau die ganzen befehle haffbefehl packverbot was es da nicht alles gibt genau shit ok gut dann war es das schon meine güte zwei sehr flinke runden free for all definitiv war cool ich schäme mich aber ich glaube ihr habt es jetzt verstanden passt dass du nicht mehr eingeladen wirst haben wir das habe ich auch verstanden das ist auch sehr gut nein das ist nicht sehr gut nein also leute hier auf dem screen seht ihr wer mitgemacht hat guckt mal vorbei außer bei silva danke euch und dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dann tschüss tschüss tschüss